sagt ja ein portal ist auch ja aber das heißt ja nur hier raus dann ist das wahrscheinlich das ausrufezeichen was wir sehen hier für die dinger hier bleibt uns jetzt mit der kamikos an und schien als weiss geht punkte und so es ist so warm ja das ist so was du hast du wort immer wenn der test zu drücken wenn der und Auf geht's, Ahnenbande! Oh Gott, sie machen mega Aua! Einer ist da. Oh, was ist das hier? Oh, wieder schlägst du mich gegen ein. Wow, das Ding macht gut damage. Der Serker. Ah, der hat gesagt, ist das ein neuer Serker? Keine Ahnung. Oh, das war mal voll und ganz daneben. Immer wieder voll mit dem Leben. Wow. Oh, mein Leben ist gerade drastisch gesunken. Was ist das? Ha! Wow! Was sind das denn für Viecher, Alter? Ähm. Der nimmt sein Leben wieder hoch, wa? Ja, und meins geht extrem schnell weg. Ja. Ja. Der Berserker hat gerade auf mich gekriegt. Wow! Wo sind die hin? Wo seid ihr alle hin? Ja! Äh. Uh. Viel, 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 viel. Nein, nein. Uh. 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 Pandel. Pandel. Pandel! Ein Number. Ja. Ja, ich hab zwei am Arsch. Drei am Arsch. Der Berserker hat mich da und aber ich auch. Ich hab hier gerade so die andere, den anderen Futschen. Hallo. Hallo. Ich lass mich in Ruhe jetzt. Alter. Hallo. Wow. Ah, Mann. Ah ja! Either mal wie andere! Ah, nein! Oh, nein, nein, nein! oh ob wir haben wieder einen oder weiß ich nicht ich muss mein leben erst mal dingsen der kleine spaski ist da gleich da unten habe ich auch wieder einen dauer ja ich habe auch wieder einen dauernd dass wir sie gerade am eingang wasse muni weg ob hier unten auch was ist? oh hier ist ne höhle oh hier ist nix oh ich bin zu dick wo muss man hin? lad mal da auf ich weiß nicht vielleicht das man nützt keine ahnung warum das war letztes mal schon was war das? warte was war das? wow hier die platz platze viecher kannst du noch mal locheln? wow good morning starshine and good night oh hello no ammo friends you ready to kill some people? bad soo wo müssen wir jetzt hin? wo bist du? oh warte ich muss noch irgendwas einladen das habe ich jo wenn da weil sie auf der karte irgendwie dieses mal nicht wo wir lang müssen schockt keine wegbeschreibung hier ihr schweine ne häh? denkt das ist nicht gut ja? ich kann mich nicht auf ich kann mich auf ich kann mich auf mit dem blödsinn glaube ich hier lang siehst du diesen weg auch nicht wo wir lang müssen? okay ich dachte schon munition da links glaube ich ne das war tschi blaue tschi grün war warte mal hier ist ja irgendwo ne kiste ah hier kiste 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 nimm mal mit bleib hängen wo na oben ne oben ja hier sind aber noch kisten wollen wir erst mal die kisten na klar Kiste Ach, hier kommt man lasst euch nicht hängen hier oben ist auch noch eine kiste und auch kiste ja kiste und glücks keks hier hinten habe ich noch irgendwas oder das der glücks keks oben mindestens aber hier habe ich zwei kisten wieder gut unterwegs ist einer Oh, hier sind jede Menge, ja Ja Ah, hier ist eine, wo eine weniger Hier unten ist eine Ja Und die anderen scheinen irgendwo innen zu sein oder so, ne Ja Gehen wir mal hoch, wa Aber mich irritiert das halt auch mit dem Glückskeks so Oder vielleicht ist er auch innen drin Das kann sein, oder der ist oben am Dach hier Nee Da hinten war eine Kiste Okay Was? Hat die gesagt, asshole? Ja, natürlich Das, muschi? Mamushi Warte, wir müssen denchen lang Okay Da kommen böse Menschen auf uns jetzt in den weg dass ich nach oben gucken muss auspies ok hier ist mein glücks keks wo der lag ja so es sind Oh, Kopf weg! Mensch, Mamushi oder Moodoo? Ich habe mich in Ruhe jetzt! Ja, meins! Und ein Erfolg! Ich versche das schnell, aber der kriegt trotzdem! Ich werde mit dir ab, Junge! Tritt den anderen! Okay, mit einem Dreharmant, und dann 같이 den Dreharmant. Oh! 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 bleibt ganz ruhig wieder eine waffe hier ja auf jeden fall gibt es ja noch irgendwo irgendwie im nachbarzimmer jetzt gerade nicht hier wenn da mal wieder nebenbei reloaden hier muss dann noch irgendwo mehr sein hier geht es noch runter ist eine kiste ja hier auch wo war die andere drüben auf der anderen seite aber es ist eine andere drüben Aber jetzt müssen wir wieder zurück. Alles klar, Trinkspiel, konfirmt das? Für Trinkspiel, will ich mitmachen? Oh, Schatz, hier Trinkspiel? Was? Trinkspiel? Ja. Wobei, was ist denn überhaupt los? Weiß ich nicht. Sie Tex hat was gemeint mit Trinkspiel. Wo bist du hin? Ah, ich bin wieder hoch. Hallo! Hallo! Uff! Nein, ihr Schweine! Es ist in time, wir haben noch. es wird hier immer noch nichts oder wie aufspießen ja hier Was? Ah, hier! Oh, hier! In Deku! 3, 2, 1... Knock, knock, bitch! Da stand aber Ding-Dong! Knock, knock, bitch! Hat gar nicht so boom gemacht, wie ich dachte! Ich dachte, hier geht alles hoch jetzt! Ah, hier! Kiste! Aha! Aha! Da ist die Musik! Aber du musst wissen, dass ich ihn niemals verraten werde. Oh, ich habe das nicht verraten. Unlike dir, ich verstehe die Wert der Loyalität. Und Ehre. Ich wusste den Preis meiner Bargänze, als ich es gemacht habe. Klar, ein Kind, Geld auf der Barsche. Wie fühlte deine Frau, wenn du zu einem Sociopaten fühlst? Entschuldigung, ich meine, bei einem Sociopaten. Oh, wait, ich glaube, ich meine beide. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ein Kind von großartig ist ein Wunsch. Kamiko? Ein Kind von großartig? Ich verstehe das nicht. Ich habe alles, was ich hatte, um das nicht verraten. Vielleicht wird erinnern, ein Tag. Ein Tag. Oh, ich weiß, warum musst du das machen? Oh, ich bin bereit. Ich bin bereit für meine Ideen. Kannst du das gleich sagen? Ich bin bereit für meine Ideen. Das das genau, wie ich gehe. Eine Sybil-Right nach Ende. Endlich bin ich konsistent. Hast du das dir metropolitanen in dir geblieben? Wenn du fertig hast, was ich begonnen habe. aber hat die ihr eigenes kind gerade das dreckstück gegenstanden ceremonien durch teleportation wir sind wieder zu hause dadurch dass ein bisschen so schnell eigentlich ja zeit haben wir nicht zwei skill punkte nice könnte ich doch glaube ich den einen noch hoch ballern um ich habe sogar viel skill punkte und baller stehen noch hoch so was machen wir jetzt verbessert die generation oder was mache ich jetzt mal gucken so so ich habe gespielt okay okay Was? Was? der typ wieder zum verkaufen zum kaufen hat sagen wir mal so im moment nicht nichts interessantes wo war der andere händler der war noch der hat oder hat ein schwert oder war doch immer das sein soll gut zu wie es kostet story story hast du wieder ja moment bei mir ich glaube ich muss mir das schwert später kaufen oder kriege ich was damit hin manchmal wieder pipi machen teuer werden brauchte ich denn da kaufen puh nee das lass ich sein dauert zu lange 80.000 pipi noch so